Wir bieten Ihnen ein komplettes Portfolio an Industrie-PCs und Displays. Vom einfachen Edge-Device für zum Beispiel Gateway-Anbindungen bis hin zum High-End-PC für Steuerungsaufgaben. Die robuste Hardware der e-PCs ist für alle industriellen Anwendungen geeignet, auch für rauhe Umgebungsbedingungen. CDI Plus als Display-Schnittstelle für bis zu 100 Meter ist perfekt für verteilte Anlagen. Ebenso ist das Design trotz unterschiedlicher Hardware durchgängig und kompakt und fügt sich so perfekt in Ihre Anlage ein.